Hallo, wir sind die vierte Klasse der Volksschule Marz. Voriges Jahr lernten wir beim Projekt Mission X, was Astronauten lernen müssen, wie sie trainieren, wie sie sich ernähren und wie wir das machen können. Meine Mama hat uns eigene T-Shirts gedruckt und wir hießen Space Shuttle Kids. Wir haben in der neuen Mittelschule gekocht, Smoothies gemacht und ein Burger Menü untersucht. Jede Woche habe ich Protokolle geschrieben und in unserer Mappe gehängt. Meine Oma hat uns Astronautenanzüge genäht, nachdem Andreas bei uns war und uns von seinem gewonnenen Weltraumflug erzählt hat. Astronauten müssen oft im All etwas reparieren, das üben wir mit Arbeitshalsschulen. Im luftleeren Raum muss man sich manchmal im graben Gang bewegen. Auf der ISS müssen die Astronauten jeden Tag ihre Mustern trainieren. Wir haben Raketen gebaut und ein Planetmodell gebastelt und dazu getanzt. Unsere Eltern haben ein Space Shuttle gebaut. Wir haben es in der Nacht starten gesehen. Und wir waren das tollste Team. Go Mission X! Und dafür haben wir sogar einen Oscar gewonnen. Dankeschön! Tschüss! Tschüss! Tschüss!